Das hier ist ein ganz normales Stellaris ohne irgendwelche Mods und irgendwas anderes. Und das hier ist der Real-Time-File-Corrupter. Und auf dem stelle ich einfach mal einen Process-Dub an und stelle hier mal Stellaris ein. Und schon haben wir hier ein Programm, mit dem wir Stellaris ziemlich zerstören können. Hi Leute und willkommen mal zu diesem etwas anderen Video. Bevor wir anfangen, stelle ich aber einfach mal hier eine Karte an. Sagen wir mal, ich nehme eine große Karte mit sehr vielen Imperien. Ich habe hier erstmal das Spiel gestartet und gehe auch mal in den Observer-Modus. Und wir haben gerade mal eine relativ normale Karte. Ich gehe einfach mal auf Vector-Engine, weil das die ist, die am besten funktioniert. Und stelle hier Extend-Extend ein. Dann gehe ich einfach mal auf den Glitch-Charvester. Dann können wir hier auf Corrupt gehen und hier seht ihr auch die Intensität. Vorher schauen wir uns hier mal alles so normal an. Ich habe eingestellt, dass die meisten Imperien schon eigentlich einige Sterne haben. Und ich gehe ja mal zu den Feind-Nationen der Erde, die sind hier unten. Und ich stelle die Intensität nochmal runter und drücke dann hier auf Corrupt. Dann könnt ihr schon mal sehen, dass sich hier was erstellt hat. Gerade weiß ich aber noch nicht, ob irgendwas zu sehen ist. Für mich ist eigentlich gerade noch alles normal. Ich überlege aber, ob die Sterne hier außen schon immer so komisch waren. Ich drücke hier nochmal drauf. Und ich glaube, weiterhin ist alles relativ normal. Wobei ich irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, dass die Namen ein bisschen im Leuchtsichtiger sind. Ich hoffe, dass wenn sich hier was ändert, nicht auf einmal alles auseinanderfällt. Ich schaue hier so ein bisschen auf die Leiste oben, denn da ist es oftmals so, dass sich schon mal was verändert. Für die Erde ist nochmal alles normal. Gehen wir einfach mal ins Sonnensystem an sich. Ist hier was anders? Ich glaube nicht. Ich gehe mal mit der Intensität ein bisschen hoch und drücke nochmal hier drauf. Keine Besonderheit bisher. Ich schaue hier auch gerade mal auf der Leiste an der Seite nach. Alles ist, glaube ich, noch normal. Vielleicht haben wir hier was, denn irgendwie ist das Habitable-Ding beim Planeten gar nicht mehr richtig am Planeten dran. Soll das so sein im Spiel oder ist das jetzt schon das Ding hier? Ich gehe, glaube ich, noch zweimal hier drauf. Okay, ich glaube, ich habe schon meinen ersten Bug gefunden. Die Erde ist jetzt sehr groß und das geht auch nicht weg. Das bleibt, glaube ich, so gerade, oder? Auch wenn ich jetzt mal zu anderen Staaten gehe, ihr seht, alles ist immer so mit der Schrift. Also wir wissen jetzt, irgendwas ist hier schon mal passiert. Und es wird auf jeden Fall mal Cursor und Cursor werden. Beim Schriftdesigner ist, glaube ich, noch alles ohne Probleme da. Ich glaube, ich gehe nochmal einen Schritt weiter und habe noch was angestellt. Jetzt ist die Schrift wieder weg oder doch da. Haben wir mal eine Veränderung hier am Sonnensystem? Ich glaube noch nicht. Das hier ist weiter in die Karte, da bauen sich die Imperien immer mehr und mehr aus. Hier haben wir auch nochmal die großen Namen, schön zu sehen. So sieht das an Imperium gerade einen Nachbarn. Und ich weiß nicht, ob das normal ist. Natürlich nicht mit dem Riesen-Rix-Namen hier. Ich gehe nochmal zwei Schritte weiter einfach. Haben wir jetzt mal was Neues? Ich glaube nicht. Die Sonnensysteme hier sehen eigentlich auch noch normal aus. Aber ich glaube tatsächlich, das, was wir vorhin gesehen haben, war ein Bug. Denn so sehen normalerweise habitable Planeten aus. Die Karte hier ist weiter normal. Rixi greift hier irgendwie an und ich glaube aber sonst ist noch alles normal. Ich hatte ja gerade beim Schiffsdesign irgendwie einen Bug, das oben und unten verdreht war. Und ich weiß nicht, ob das von meinem Programm ist. Auf jeden Fall war es relativ schnell hier wieder weg. Wir sind gerade schon mal sieben Jahre in die Zukunft gegangen. Ich gehe mit der Intensität ein bisschen höher und mache nochmal auf hier kopieren. Haben wir irgendwas Neues? Irgendwie haben wir keine weiteren Nutsche bekommen. Ich kopiere nochmal. Ich gucke mal einmal wieder lang, ob hier irgendwelche Linien komisch sind. Und ich mache nochmal einfach sogar zwei Sachen. Immer noch scheint alles relativ normal. Wir haben das Sonnensystem und ich glaube hier sind noch alle Sachen richtig. Niemand ist jetzt irgendwie in irgendeiner Ecke. Konnte man immer schon so weit rauszoomen oder ist das gerade neu? Ich glaube vielleicht sogar, dass es neu ist durch mein Kopieren. Ich kann so weit raus und so weit reinzoomen. Sah der Neptun auch schon immer so aus? Ich gehe nochmal ein bisschen oder doch noch mehr weiter hoch. Und drücke hier wieder drauf. Und okay, irgendwas hat... Okay. Alles ist in der Sonne. Was ist hier gerade passiert? Es bin ja auch auf einmal Wege. Was ist auf der... Die Karte ist... Okay. Jetzt fängt es an richtig zu buggen. Das hier ist mal ein Stern und da bin ich gerade drauf gegangen. Und dann habe ich das hier einfach mal gesehen. Was ist das? Wir sind komplett, glaube ich, rangesucht an den Stern. Und zwar bei dieser Station. Können wir hier irgendwie mal zu Schiffen von der Erde gehen? Das passiert dann. Okay, vielleicht mache ich das nochmal rückgängig, wenn das... Geht das noch? Ich weiß gar nicht. Ich habe es gerade rausgenommen, aber ich glaube... Ähm... Ich denke mal, es wird einfach so... Ja, wir sind jetzt immer so rangezoomt hier drin. Wenn euch beide wieder sowas gefällt, würde ich mich mal bei einem Like freuen. Vielleicht schaffen wir vielleicht mal für dieses neue Format die 40 Likes. Dann würde ich versuchen nochmal sowas ähnliches in einem anderen Spiel zu machen. Und ihr könnt für mehr solcher Sachen auch gerne den Kanal abonnieren. Das hier ist die Karte an sich. Ähm, das ist, glaube ich, noch relativ normal. Beziehungsweise vielleicht, ähm, die Stern hier an der Seite... Hat der Stern... Ähm, okay, er hat nicht mal einen Namen, aber der hat anscheinend gar keine Verbindung mehr mit irgendjemand anders. Ich vermute mal, die Verbindung werden hier auch irgendwie mehr und mehr buggen. Das, ähm, mit dem einen Ding ist hier übrigens immer so verbuggt, ähm, egal zu welchem Stern ich gehe. Also müssen wir erstmal auf der Karte hier bleiben. Irgendwer hat hier gerade wieder eine Enklave in einem anderen Reich. Das hier sehen gerade die anderen Reiche. Und, ähm, das sieht, finde ich, ein bisschen unnatürlich aus. Das Menü ist aber irgendwie noch normal. Fraktionen sind auch normal. By the way, gibt es doch das eine Teil hier, wenn ich das, ähm, so verstehe. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie sogar da drin. Ich drücke noch mehr drauf und, ähm, okay, irgendwas... Die Farben haben sich geändert. Das, das habe ich eigentlich schon erwartet. Wir haben jetzt einfach mal blaue Hyperrouten. Und alles ist auch generell mal ein bisschen bläulicher. Gab es hier mal einen Hintergrund bei den Spezien? Wenn ja, dann ist der irgendwie weg. Ich gehe wieder mal zum Schiffsdesigner. Und, ähm, der sieht noch normal aus. Wobei ich jetzt gerade mal einfach nochmal nach oben gehe. Und dann, ähm, biegt der sich so ein bisschen komisch. Dann mal der nächste Versuch hier. Okay, hier haben wir gerade mal eine Invasion. Wie sieht die aus? Ähm, wir haben doch keine Invasion. Wo ist die? Ab dem Zeitpunkt würde ich am besten mal sagen, dass ihr ein Problem mit Flackern habt, dass ihr das Video ausschalten solltet. Denn wenn ich hier irgendwas bewege, dann bekomme ich das hier. Okay, lol. Ich bin wieder draußen anscheinend. Oder auch, ähm, nicht. Ich kann die Galaxie jetzt, glaube ich, bis, ähm, ganz weit in die Ecke verschieben. Die Leiste hier ist auch noch normal. Okay, wenn ich hier mal mit der Maus nach unten gehe, dann, ähm, dreht sich das hier so seltsam mit. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Und, ähm, ich weiß nicht, ob gerade was passiert ist. Ich gehe mal wieder in ein Sternensystem und... Okay. Ich muss aber mal sagen, dass das hier sehr nice aussieht. Nächster Schritt, ich kopiere dreimal hintereinander. Zwei und, ähm, drei. Die Farben haben sich wieder geändert. Willkommen zu den grünen Linien, die jetzt auch ein bisschen, ähm, sehr, ähm, durchsichtig sind. Ähm, ich gehe nochmal... Okay, wenn ich hier reingehe, dann bekomme ich das hier. Ähm, ich gehe wieder in die Galaxie. Okay, jetzt bin ich einfach mal hier reingegangen. Was ist das? Ähm, ich sehe ganz interessante Texturen, würde ich mal sagen. Und, ähm, okay, das ist das Ranzoom hier. Ich weiß auch nicht mal, wo ich hier irgendwie sein soll. Wir können aber irgendwie rausgehen. Vielleicht ist das ja der Stern, aber, ähm, weiter geht's hier, glaube ich, nicht. Denn hier hinten kann man, by the way, noch sehen, dass, ähm, es die Linien vom System gibt. Ähm, das hier ist, by the way, der Stern. Ich stelle das Ganze einfach mal auf halbe Stärke und, ähm, das ist das Fünffache. Und ich kopiere nochmal. Er hat kopiert. Hat sich was geändert? Ich glaube gerade noch nicht. Zumindest nichts, was wir sehen können. Und ich glaube, okay, ich glaube, ich weiß, was passiert. Können die schnell ausbauen. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich habe das Gefühl, es werden gerade, ähm, mehr Sternbasen gebaut. Okay, ich kann auch nicht wirklich zu irgendeinem Ding hier gehen. Oh, Leute, ich glaube, ich kann hier wieder in Sternensysteme gehen. Aber, da fehlt die Sonne. Ähm, ich kann noch ein bisschen drehen. Und wenn ich näher rangehe, passiert das hier. Lol. Okay, das nennt mich irgendwie ein stellares Trampolin oder so. Keine Ahnung. Aber bisher ist die Karte noch weiter an, ähm, so nochmal zu sehen. Okay, die Leiste hat keine, ähm, Informationen mehr. Finde ich noch irgendwie hier die Menschen mit. Irgendwie fehlen die hier nämlich gerade. Ah, ne, ich habe sie gefunden. Ähm, die sehen gerade alles so. Und, das habe ich am Anfang gesagt, die Leiste hier ist jetzt einfach mal rot. Okay, ihr seht hier gerade mal, ähm, wenn ihr auf die Köpfe schaut, dass es hier auf einmal eine Leiste gibt. Die macht alles so ein bisschen dunkler. Ich kann aber noch, ähm, im Menü hier rumgehen. Der Schiff-Designer ist hier auf jeden Fall noch. Und, ähm, auch eigentlich normal. Ich kopiere nochmal hier. Okay, und, ähm, die, ähm, die, ähm, Sachen hier von der Erde und von den anderen gehen jetzt direkt weg, wenn man rausgeht. Ich gehe wieder in Sternensysteme und, ähm, das hier passiert dann. Und, ähm, es ruckelt komplett, wenn ich einfach mal nach oben und unten damit gehe. Ich kopiere nochmal. Und, okay, ähm, alles ist, glaube ich, wieder hier irgendwie in die Mitte gefallen. Was ist das hier gerade? Es ist, glaube ich, ein Sterner, irgendein Schiff ist hier auch gerade durchgeflogen, glaube ich. Also, ich kann nur auf das hier zoomen, ansonsten auf nichts. Ich glaube, das ist das Sternensystem hier, aber schon wieder irgendwer. Sind das Hyperrouten hier, die man sehen kann irgendwie. Okay, wenn ich hier irgendwas einklicke, dann, ähm, ist das Menü komplett am Rumspinnen. Aber ich glaube, das Menü hier, ähm, ist gerade am Wandern. Irgendwie dachte ich zumindest. Okay, ich bekomme es doch irgendwie weg wenigstens. Die Informationen da oben sind einfach mal dunkelrot. Kann ich, ich kann auch irgendwie noch was klicken. Ähm, der Schiffsdesign nochmal. Okay, er geht gar nicht mehr anscheinend. Vielleicht mit F9. Ne, geht auch nicht mehr. Ich gehe mal raus auf die... Okay. Äh, ja, das ist sehr kaputt. Ich denke mal, hiermit habe ich schon mal mein Thumbnail fertig. Ich gehe mal wieder raus auf die ganze Kartensicht und, ähm, es ist alles auf dem Kopf. Okay, was ist diese Schrift hier unten? Lol. Also, wenn ich hier näher rangehe, dann passiert das anscheinend. Die Hyperrouten sind jetzt noch dunkler. Ja, ich gehe nochmal auf Kurupian. Ich glaube, alles läuft mittlerweile auch viel langsamer. Das heißt, es fehlt nur noch eine Sache. Ich gehe einfach mal, ich glaube, nochmal aufs Vierfache und voll stärker. Was passiert mit dem Spiel? Jetzt ist es definitiv... Okay. Wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, das sind die eigentlichen Hyperrouten. Aber, ähm, die Sterne sind viel zu klein, viel zu dicht auf einmal. Ich gehe hier, glaube ich, nochmal ins... Sonstem ist mein Spiel gecrashed. Ich glaube, Leute, wir sind ein bisschen zu weit gegangen gerade. Ja, mein Spiel ist, glaube ich, gerade gecrashed. Da kann ich froh sein, dass es nur der Poster-Stub war. Der setzt nämlich alles immer zurück, wenn das Ganze ausgeht. Aber ja, wir können trotzdem nicht mehr weitergehen. Ich hoffe mal, euch hat das Ganze ja trotzdem gefallen. Joint gerne mal auf meinen Discord in der Beschreibung. Und, ähm, ich würde mal sagen, mit diesem tollen Bild, ciao. Und dann bis zum nächsten Mal.